Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Fünfstellig. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin unter anderem Küchenchef, einer der Headchefs vom FC Bayern München und lebe auf Mallorca, habe dort noch ein Restaurant, das ist Cucais und bin jetzt hier über Kreuzhaus und über Bosshaus gebucht worden, das erste Mal jetzt quasi wie so ein Pop-Up den Foodpark jetzt hier durch Deutschland zu fahren und einen coolen Burger rauszugeben für die Jungs. Also höre ich da raus, du bist selbstständig? Ja. Und wie viele Jahre bist du schon selbstständig? Also jetzt würde ich sagen knapp über 20 Jahre jetzt, also dann als Koch generell 10 Jahre und in der Selbstständigkeit ungefähr 12 Jahre. Wie bist du dazu gekommen? Also war Kochen schon mal eine Leidenschaft? Nein, ursprünglich bin ich gelernter Schornsteinfeger und bin aber im ersten Gesellenjahr vom Dach gefallen, habe mir einen Haarriss im siebten Halswirbel zugezogen und dann zu der damaligen Zeit dann noch, ich habe ein Gipsbett, Aktion, ein halbes Jahr Krankenhaus und so weiter. Dann war ich Zeitzeug in einer Armee, in einer Spezialeinheit, in den ersten Krisenreaktionskräften der Bundesrepublik Deutschland und dann habe ich irgendwie gedacht, danach habe ich meine Frau kennengelernt und die war da irgendwie nicht so für, dass ich da durch die Welt tingle und dann habe ich aufgehört, dann habe ich gedacht, was hast du denn sonst immer gerne gemacht? Ja. Und weil ich den Job als Schornsteinfeger nicht mehr machen durfte und dann habe ich nochmal Koch gelernt und seitdem starte ich da durch, ja. Was würdest du sagen, der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Ich würde sagen, das Auswandern vor sieben Jahren, einhergehend dann mit der Öffnung unseres Restaurants dann auf Mallorca. War das auch so ein kleiner Traum, der dann in Erfüllung geht? Ja, was heißt ein Traum? Das wäre ja dann so der Klassiker. Ich bin eigentlich beruflich auf die Insel gekommen. Da wurde auf Mallorca in einem Restaurant jemand gesucht, ein kleiner Küchenchef. Und so war das über einen kurzen Dienstweg. Und so kam ich das erste Mal auf die Insel, geplant eigentlich nur für drei Tage. Nach zwei Tagen habe ich meine Frau angerufen, sie soll, Klamotten schicken, ich komme nicht wieder. Ja, geil. Seitdem hat es mich auf die Insel verschlagen. Wie gefällt dir das Leben auf Mallorca? Sehr gut. Es ist ein bisschen entspannter wie auf Deutschland jetzt gezogen, wo ich geboren worden bin. Das ist alles ein bisschen lässiger, ein bisschen gechillter und die Atmosphäre ist anders. Einen Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, also auf dem beruflichen Wege würde ich einfach sagen, dass man versuchen sollte, das zu machen, was einem Spaß macht. Und wenn man das so früh wie möglich nach der Schule irgendwie in seinen Beruf oder in den Wunschberuf mit einbeziehen kann, dann muss man aber vorher auch den Mut der Lücke haben, vielleicht mal das eine oder andere ausprobieren. Mal so ein bisschen darüber hinaus, über diese obligatorischen 14 Tage irgendwo rumeiern in irgendeiner Firma und eigentlich kaum was Richtiges machen, sondern wirklich auszutesten, wo ich Bock drauf habe und dann dort einfach durchstarten. Weil wenn ich Bock drauf habe und meinen Job liebe oder das, was ich mache, liebe, dann ist das ein Selbstläufer. Dann läuft das eigentlich von alleine. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Das verrate ich nicht, das ist privat. Okay, vielleicht eine ganz grobe Richtung, über 5.000, unter 5.000? Das verrate ich auch nicht. Okay, das ist privat. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin bei der Deutschen Flugsicherung, bin der Manager und habe als Fluglotse dort angefangen. Also ich kann nur empfehlen, Fluglotse, toller Job. Kannst du uns vielleicht ganz kurz bei deinem Werdegang mitnehmen? Studiert, erst Elektrotechnik und bin dann in die Fluglotsenausbildung reingekommen. Und dann habe ich dort die Ausbildung gemacht bei der Deutschen Flugsicherung und danach als Fluglotse gearbeitet. Und wie genau bist du zum Fluglotsenjob gekommen? Also war das dann im Studium, hast du mal irgendwas gesehen oder einen Kollegen gehabt, der da... Ich habe einen Freund gehabt, dessen Vater war Fluglotse und der hat mir gesagt, dass es ein toller Job ist. Und er hat recht gehabt, eindeutig. Bist du jetzt glücklich, ja? Ja, super. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß am jetzigen Job? Dass es sehr vielfältig ist, aufregend ist auch, dass es aber auch um Sicherheit geht. Ja, und wir natürlich dafür sorgen, dass Menschen von A nach B reisen können, also auch das Globale mitfördern. Was ist vielleicht ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Immer konzentriert dranbleiben, ja, nicht aufgeben und vor allen Dingen das machen, was Spaß macht, dann wird man glücklich. Wie viel Geld verdient ihr monatlich netto? Könnt ihr mir das sagen, ungefähr? Das ist privat. Privat? Privat. Was macht ihr beruflich? Ich bin Firmenkundenberaterin der AOK Hessen. Okay. Ich auch. Und wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz den Werdegang beschreiben. Also mein Werdegang war erst eine berufsschulische Ausbildung bei der Allianz. Dann über verschiedene Versicherungsgesellschaften bin ich vor 28 Jahren zur AOK gekommen. Okay. Und bist du glücklich? Ich bin glücklich damit. Sehr schön. Siehst glücklich aus. Ja. Und bei dir? Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Barmer, auch eine Krankenversicherung und bin seit 18 Jahren jetzt auch bei der AOK über Kundenberater zum Firmenkundenberater. Ja, das ist so der Werdegang. Okay. Und auch glücklich. Ja. Was war für euch der mutigste, der wichtigste Schritt in der beruflichen Laufbahn? Was würdet ihr sagen? Also die mutigsten Schritte waren am Anfang, die Arbeitgeber zu wechseln, um herauszufinden, wo ist mein Platz? Okay. Und das war nach der Ausbildung direkt. Da hatte ich dann drei verschiedene Arbeitgeber. Und ja, wie gesagt, vor 28 Jahren bin ich bei der AOK Hessen hängen geblieben und dementsprechend habe ich mich dort auch weiterentwickeln können. Ja, schön. Also am Anfang was ausprobiert. Genau. Verschiedene Sachen. Genau. Und bei dir? Ich sage mal, so einen richtig mutigen Schritt hatte ich noch nicht, aber es war auch so nach der Ausbildung, war ich nicht zufrieden dort und dann auch den Arbeitgeber gewechselt. Ja. Und was ist vielleicht ein Tipp, den ihr den jungen Menschen, die noch zur Schule gehen oder studieren, mitgeben könnt auf dem Weg? Auszuprobieren. Auf jeden Fall das zu machen, was einem Spaß macht, weil der Job verlangt sehr viel ab und acht bis zehn Stunden am Tag sollte man da glücklich verbringen. Zumindest vier Tage von fünf. Sich zu orientieren und auch das zu machen, worauf man Lust hat und sich nicht von irgendwelchen anderen Eltern, Geschwistern, Familie leiten lassen. Das machen, worauf man Lust hat und das auch durch zehnfertig. How much money do you earn monthly after tax? A good one that can take care of my household, myself and my investment as well. Okay, that's a good answer. Can you maybe give us a rough direction, like is it over 5,000, under 5,000? Over 5,000. Over 10,000? Close to. Close to, yeah. Okay, what did you do job-wise? Investment banker, an expert in treasury and I provide corporate treasury services and individual investment banking. Are you based here in Frankfurt? No, I'm based in Accra, Ghana. Yeah, that's West Africa to be precise. And now you're here basically for work only or for vacation or what are you? Yeah, I'm here for a corresponding bank business because we have corporate clients who does international trade and we need to see how best you can give the best of service and then how they can run their business efficiently and also see any trade, any European trade or whatever it is, they can gain value for it. They're sending the best worker over to take care of the clients. Not really, but my role as a treasury, head of treasury, calls for this because treasury, like we said, we interact a lot on the phone, but it's better to add a face to the call and that is why I'm here. Can you maybe tell us how you got there? I started as a bank officer. I've been in banking over a decade and I started as an assets and liability manager. Okay. I've worked with about three or four different banks. I've worked in outside Ghana to Asheville in Sierra Leone and I also had a steady, I worked a year in the oil and gas industry, that's the downstream. But banking has been my field because everything you do, you need financial services, which is very, very important. Most important question, are you happy? Very happy because I'm content with what I do. One advice you can give to younger people out there who are still, who are just starting out basically. Whatever you do, there needs to be a plan, you need to be focused. And as well, everything takes time, just like you have a seat in the soil, it takes time to germinate. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Also ich bin auf jeden Fall über drei netto. Okay. Also jetzt nicht so konkret was sagen, aber über drei bin ich schon. Ja. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin bei Mercedes-Benz Werk Bremen tätig. Okay. Und da habe ich schon eine sehr gute Position. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe geheiratet bei einer Frau. Ich wollte was Besseres machen, habe mich beworben, habe angefangen. Ja. Step by Step, habe ich es geschafft und glücklicherweise, alles super. Und wenn du sagst, was Besseres, was hast du da vorgemacht, wenn ich fragen darf? Ich war mal da jobben, hier jobben. Okay. Also so konkret nach der Ausbildung habe ich konkret nichts gemacht. Wichtigste Frage, bist du glücklich? Sehr glücklich, da stehen die schon. Die dich glücklich machen, die Person? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meine Tochter, mein Sohn, meine Frau, sehr sogar, sehr sogar. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Meinen alten Arbeitsplatz kündigen und was Neues versuchen zu finden. Also mutig zu sein praktisch, immer was Neues zu versuchen, weil du wahrscheinlich bei Null auf Hundert, also von Null wieder neu anfangen. Okay. Das war das Wichtigste. Obwohl du bei deinem alten Arbeitsplatz wahrscheinlich Sicherheit hattest, Geld. Genau. Ich hatte einen Festvertrag, aber halt damals zu der Zeit war auch die Wirtschaftskrise vorhanden. Man musste irgendwas Neues machen. Ich hatte auch keinen Bock, jetzt irgendwie Jobs irgendwie von da und da und da hin zu springen. Ja. Habe ich es riskiert und Gott sei Dank hat es geklappt. Was ist ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst, den du vielleicht dir damals selber gewünscht hättest, so ein Tipp? Riskieren, keine Angst haben. Ich sage das auch zu meinen Kindern, also meinen Sohn zumindest, dass da viel, viel mutiger sein muss, irgendwas zu riskieren. Ja. Strapazieren, kämpfen, nicht schnell aufgeben. Get ready. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Okay, in Deutschland spricht man nicht so gut drüber, aber im Job, wo ich mich hausübe, bin ich mir zufrieden. Okay. Grober Bereich vielleicht über 5.000, unter 5.000? Ja, so. Um den Drehen. Ja, genau. Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Ja, ich bin zufrieden, wie gesagt, und weiß, wie hart das verdient ist und dann komme ich damit aus. Ja, super. Was genau machst du im Beruf? Ich bin, arbeite im Vertrieb, ich bin im Prinzip Sales Manager, ich stehe hier bei, ich komme gerade von einem Kunden, August Füller hier in Frankfurt, ein sehr, sehr gutes Haus und da war ich gerade zu Besuch und habe geschaut, wie es mir geht. Wenn du sagst Vertrieb, was genau meinst du? Wir vertreiben Kindermoden, ich verarbeite auf einer Kompanie, die Brands haben, viele Marken und ja auch mehr so Premium-Luxus-Bereich. Wie geht's? Und das mache ich, das ist mein Job, den ich schon seit vielen, vielen Jahren mache. Cool. Wie bist du zugekommen? Vielleicht ganz, ganz hoch? Ich habe, bei mir war das so ein Typ, ich habe, den Job kann man nie so richtig erlernen, das geht keiner aus, entweder hast du dafür ein Gefühl oder ein Jahr, es macht dir Spaß. Das ist das Wichtigste, dein Job finde ich und so bin ich nicht wie jemals quer eingestiegen, trifft vor fast 30 Jahren. Okay, also gar keine Ausbildung schon gemacht? Nee, eigentlich nicht, ich habe was ganz anderes gelernt übersprünglich und bin irgendwie einfach da reingegangen und hat es da von Anfang an Spaß gemacht. Ja, da hat mir Herz gefolgt. Das war meine erste Mode, Kindermode, ja, passt. Cool. Und was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß in einem jetzigen Jahr? Ja, mit Menschen, mit den Textilen, mit der Mode, das ist mein Leben, das hat Spaß gemacht. Ja, aber vor allem mit Menschen, viele in der Gegend. Okay. Und was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Gab es da einen Moment, wo du... Ja, mutig, einfach, ich habe es einfach für mich zukommen lassen, das war jetzt kein, hat jetzt nicht viel Mut, vielleicht wenn ich mal jemanden, einen Arbeitgeber gewechselt hatte, da war es vielleicht mal mutig, aber das war auch eine richtige Entscheidung, auch gefühlt, ziemlich wichtig, da liegt man mal richtig. Gute Überleitung. Letzte Frage wäre nämlich, was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ganz wichtig ist immer, das machen, von wo man überzeugt ist, Spaß hat und das ist das allererste, wenn man Spaß daran hat, dann macht man das mit überzeugt und vor allem noch gut. Das war auch erfolgreich, oder? Ja, und da wird man auch in der Mannschaft erfolgreich, ganz wichtig, wenn man muss Bock haben, wenn man morgens aufsteht aus dem Bett, dass man sagt, ich gehe, ich habe heute Lust, was zu verändern und was zu machen. Dann wird das was, dann klappt das was. Sympathisch, Hammer. Ja, cool, okay. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 1.100, 200 Euro. Reicht das dir? Ja, reicht, weil ich halt noch andere Benefits von meinem Unternehmen bekomme. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin dualer Student bei einer der führenden Automobilhersteller in Deutschland. Und wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang? Eigentlich war das echt ganz spontan die Entscheidung. Ich habe spontan auf TikTok die Werbung davon gesehen, von deren Stelle und habe mich dann einfach aus dem Bett hinaus beworben und wurde dann am Ende des Tages auch angenommen. Und das war dann praktisch direkt nach der Schule oder hast du vorher noch was gemacht? Nein, das war während der Schulzeit habe ich mich beworben, also während meines Abis habe ich mich beworben und dann direkt nach der Schule habe ich halt im Juni mein Abi gehabt und im September habe ich dann dort begonnen. Bist du happy? Ja, schon, würde ich so sagen. Was macht die meiste Spaß am dualen Spielgang? Ja, ich finde dieser Mix von zum einen im Unternehmen und im Studium, also dass du beides hast, dass du beide Seiten siehst, hilft einem zum einen extrem zu wachsen, als auch wirklich zu wissen, was in der Berufswelt abgeht und daraus kann man als Jugendlicher meiner Meinung nach sehr viel lernen. Dann tauchst du auch, denke ich mal, bei der Praxis in verschiedene Unternehmensbereiche ein? Genau, also wir können uns da aussuchen, in welche Unternehmensbereiche wir gehen und dadurch, dass das immer nach den Fähigkeiten geschnitten ist, ist das eigentlich echt gut, dass man da seine Fähigkeiten weiter ausbauen kann. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher bei dir? Vom Elternhaus auszuziehen, also war nur möglich, weil ich ausgezogen bin. Ich lebe jetzt in Bayern, vorher habe ich in NRW gewohnt. Ich finde, dass es einer der wichtigsten und besten Steps ist, um auch sich selbst weiterzuentwickeln. Und was ist ein Tipp, den du jungen Menschen noch mit auf den Weg geben kannst? Einfach mal machen. Also klar, darüber im Klaren sein, was für Konsequenzen es hat, aber wenn ihr es wirklich machen wollt, dann macht es einfach. Und wenn ihr es im Nachhinein bereut, dann gibt es immer noch Lösungen und Wege. Andere Wege einzuschlagen, aber macht einfach das, was in eurem Herzen liegt und geht dem nach, was ihr liebt. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Also ich mache eine Ausbildung netto, 870. Reicht das dir? Eigentlich nicht. Deshalb mache ich einen Minijob. Okay. Muss ich immer meine Familie in Marokko unterschützen, Geld schicken, alles. Was genau machst du für eine Ausbildung? Ich mache Ausbildung als Industriemechaniker. Und was genau muss man sich darunter vorstellen? Alles, was ich Maschinen bau, drehen, fräsen, alles. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job, an deiner Ausbildung? Eine Familienmitgliedschaft in der Firma und das gefühlt mir immer. Okay. Die Leute sind sehr nett, alle sind freundlich. Ja. Ja, ich fühle, manchmal fühle ich wie in meinem Heimatland. Und was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner Karriere bisher? Mein wichtigste Schritt ist, eine Ausbildung zu absolvieren, damit kann ich hier in Deutschland bleiben. Wenn ich fragen darf, wie lange wohnst du schon in Deutschland? Wie lange bist du schon hier? Wie lange? Seit sieben Monaten. Seit sieben Monaten? Ja. Und warum kannst du so gut Deutsch sprechen? Weil ich Deutsch in meinem Heimatland gelernt seit einem Jahr. Wow, es ist trotzdem unfassbar. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Schwierige Frage, kann ich nicht beantworten. Okay. Vielleicht grobe Richtung, über 5.000, unter 5.000? Über. Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Ja. Was machst du genau beruflich? Ich bin Schokoladenverkäufer. Schokoladenverkäufer? Ja, für ein großes Unternehmen. Also angestellt? Ja. Wie bist du zugekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdekang. Ich habe tatsächlich in Hamburg im Kaffeehandel gelernt. Okay. Und habe dann studiert, wollte noch mal ein bisschen mehr machen als nur Kaffee ein- und verkaufen und bin dann in den Schokoladenhandel gekommen, weil das so am dichtesten am Kaffeehandel dran war. Was war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Ja, der Schritt war sicherlich noch mal weiter zu denken, größer zu denken und zu sagen, ich will mehr und nicht der erste Job. Häufig ist es so, dass das erste Unternehmen so ein bisschen ist wie die erste Liebe, aber es ist gut immer nach mehr aufzustreben. Bist du glücklich? Wichtigste Frage? Ja. Was macht dir am meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf? Dass ich ganz viel Freiheit habe, meinen Job zu gestalten. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Dass sie an sich selber glauben sollen, an ihre eigenen Stärken glauben sollen und das wirklich zu leben, den Mut zu haben, das wirklich dann nach außen zu leben. Wie viel Geld wirst du monatlich nachzumachen, nachzumachen? Ein guter Geld, das kann ich meine Haus, meine eigenen Investitionen und auch. Okay, das ist eine gute Antwort. Kannst du uns vielleicht eine rough Richtung geben? Ist es über 5,000, unter 5,000? Über 5,000. Über 10,000? Close to. Close to. Okay. Was machst du job-wise? Investmentbanker. Ich bin ein Experten in der Treasury und ich verabschiede Corporate Treasury Services und individuelle Investmentbanker. Are you based hier in Frankfurt? Nein, ich bin in Accra, Ghana. Ja, das ist Westfrika, zu sagen. Und jetzt bist du hier für Arbeit oder für vacation? Ja, ich bin hier für eine entsprechende Banker, weil wir Corporate Clients machen, die internationalen Betriebe und wir müssen sehen, wie man das beste Service geben kann, und wie sie ihre Betriebe effizienter machen können und auch, dass irgendein Betriebe, in Europäischer Betriebe oder was es ist, sie können Value für das. Sie senden die beste Arbeiter über, um die Arbeit zu machen? Not really, but my role as a Treasury, head of Treasury, calls for this, because Treasury, like we said, we interact a lot on the phone, but it's better to add a face to the call, and that is why I'm here. Can you maybe tell us how you got there? I started as a bank officer. I've been in banking over a decade, and I started as an assets and liability manager. Okay. I've worked with about three or four different banks. I've worked in outside Ghana to Asheville in Sierra Leone, and I also had a steady, I worked a year in the oil and gas industry, that's the downstream, but banking has been my field, because everything you do, you need financial services, which is very, very important. Most important question, are you happy? Very happy, because I'm content with what I do. One advice you can give to younger people out there who are still, who are just starting out, basically. Whatever you do, there needs to be a plan, there needs to be focused, and as well, everything takes time, just like you have a seed in the soil, it takes time to germinate. How much money do you earn monthly? I think it's always different, but I would say it's almost two, two and a half. Different means that you're self-sufficient? Right, exactly. And what do you do personally? I have a brand, that makes me really fun, just a small side hustle, but especially because it's just an inspiration for others. What's for a brand, if you like that? Standards Club. I have nothing to do today. A Klamotten-Brand? Yeah, a Klamotten-Brand. A good time for that. But actually, it's the idea behind, with people on the street to see, what inspirates you and then a piece of development and to design. And your main job is where? My main job is in Stuttgart, by Mercedes. And that's all you get under your hood? Yeah. I get my müde, but it's fine. What would you say, makes you the most fun at your job? Maybe even Mercedes, as well as well as the self-scientist? I would say, definitely the Abwechslung and especially the creative Spielraum. Also, I love it, just creative to be in different ways. I can through my job at Mercedes a little bit reisen, can see what's seen, but also through my own private things. And I think this big thing, always with many cool people to work, that's something that's what's on the way, what's on the way, what's on the way, what's on the way, would you say, was the most important, the most important step in your career, when you're on the way, if you're on the way? Well, I always have to stretch my new job now, or I want to be in person, if you're on the way, at the end, you have to have no chance or it'll be very difficult, because I just have just many people to be in person. And yeah, when then there's something that's wrong, I was back to Stuttgart for the studium to go to another town, I was 18, that was something else, and I was supposed to I just have to have a bit of it, I think I have a bit of it, I think that I can every time get into it, to be in person, to have a different way, to go to another one else, to get anything, to go to another one else to go to another one. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen wieder auf den Weg geben kannst? Du hast gerade schon angedeutet, Komfortzene verlassen, wichtig. Ja, also mein Lieblingsquote ist, trust the process. Gibt es auch kein Honey mit, kommt vielleicht noch. Aber genau, ich glaube, es ist super wichtig, einfach an einer Sache dran zu bleiben, was zu finden, was einem Spaß macht und diese Leidenschaft im besten Fall dann zum Beruf zu machen. Und es wird nicht alles immer sofort klappen. Ich glaube, das braucht alles immer Zeit und deswegen, man wird Fehler machen, aber wenn man dran bleibt, sich weiterentwickelt, so dann wird es alles kommen. Und ich nehme an, du bist wegen deiner Selbstständigkeit, wegen der Klamottenbrand vielleicht auch selber aktiv auf Social Media. Richtig. Magst du einmal vielleicht gerne deinen IG rein sagen, von dir privat auch, als auch die Klamottenbrand? Klar, gerne. Also standards.club ist der IG-Name und samu.lbr ist der andere. Cool. Hammer. Vielen Dank dir. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Fünfstellig. Reicht es, um dir deinen Lebensstandard zu finanzieren? Es reicht. Also es wachsen natürlich die Ansprüche. Und da ist die Gefahr dabei, dass man dann immer sagt, da kommt dieser Spruch, dass nach drei Wochen schon das Gehalt zu Ende ist. Ja. Aber wie gesagt, es passt alles. Man muss halt mit seinen Ansprüchen mitwachsen, aber nicht drüber wachsen. Was machst du denn beruflich? Wie kann man über fünfstellig verdienen? Als Unternehmensberater. Und zwar Unternehmensberater und Interimmanager. Das heißt, ich gehe in Firmen, die Probleme haben im Bereich Service, im Bereich Vertrieb, im Bereich IT. Männer gehen nicht zum Arzt. Firmenchefs gehen auch nicht zum Arzt. Ich bin der Doktor und die rufen erst an, wenn es brennt. Und wie bist du dazu gekommen? Ganz witzig. Ich war ein sehr erfolgreicher Manager in einem großen deutschen Rüstungskonzern. Aber mit 49 sagten die, du, wir müssen hier reorganisieren. Mach dich mal vom Hof. Hier gibt es eine Abfindung. Und ich sagte, ich bin so geil. Ich nehme die Abfindung und nehme mir sofort den nächsten Job. Und dann alle so, du bist doch 50. Wir wollen dich nicht. Die haben mir gesagt, also du kommst aus einer Firma raus und bist ein halbes Jahr dich am Bewerben. Und immer, wenn die mitkriegen, oh, du bist ja schon fast 50. Nee, du bist mir dann zu eingelaufen. Du hast zu viel eigene Vorstellungen. Du bist nicht mehr biegsam und fügsam. Geschmeidig. Geschmeidig. Genau diese Dinge. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Hast du gerade die Firma verlassen, bist jetzt 50. Das hat mich echt geschockt. Ich war ein Jahr lang. Weil man dann ja eigentlich erst die ganze Erfahrung hat und die wichtigen Lektionen gelernt hat. Ja, aber ein Jahr lang habe ich mit ganz großen Augen und dem Arbeitsamt gedealt und getan und gemacht. Und dann, in der Zeit, kam mir dann die Idee, du musst vielleicht dein Wissen selber zu Markte tragen. Und dann im Jahr drauf, das war 2013, ging es ab wie Schmitz Katze. Das fanden die gut. Bist du glücklich? Ja. Ein Tipp vielleicht, den du jungen Menschen mitgeben kannst. Wenn es dir keinen Spaß macht, love it or leave it. Die Amerikaner sind nicht umsonst so schön plastisch. Vielleicht der erste Tipp ist, egal wo du anfängst, knie dich mehr als diese scheiß 8 Stunden rein. Mach 10 Stunden. Biete dich an. Biete dich den Chefs an, dass die merken, dass aus dir was rauszuholen ist. Und die ersten zwei Jahre sind dann eine Keulerei. Da siehst du auch wenig in den Diskotheken oder sowas abgeht. Aber mit dem Wissen gehst du woanders hin und dann funktioniert es mit der Karriere. Also wenn du jetzt Karriere im Sinne von, das muss zügig weitergehen, sprichst, ist das genau richtig. Wie viel Geld verdienst du monatlich? Netto. Sehr private Frage, aber es sind mindestens eine Milliarde Yen. In Euro umgerechnet, ganz grob. Ach nee, das ist zu kompliziert. Was genau machst du denn beruflich? Ich habe einen Online-Shop, bin nachhaltige Lebensmittel. Okay. Kreuzes.eu. Und mit meiner Lebensgefährtin zusammen veranstattet ich das hier, The Champions Perfect. Also das ist praktisch dein Event hier. Wie bist du zugekommen? Der ganz kurze Werdegang zum Job, jetzt zur Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig, seitdem ich denken kann. Also ich glaube, seitdem ich 14 bin, also 28 Jahre. Hat schon Rollerwerkstätten, Zeitungsvertriebe, Firmen, die Fahrräder gebaut hat, E-Bikes gebaut hat, Elektroautos gebaut hat, jetzt hat Lebensmittel und Burger. Also in wie vieles Unternehmen ist das jetzt hier? Es waren mindestens schon 15. Hast du studiert oder was hast du damals studiert? Bachelor of Business Administration, paar Ausbildungen gemacht, Abitur in Deutschland und Australien. Aber war daneben schon immer selbstständig. Und die Eltern, sind das auch Unternehmer oder? Nein, sind guter Mittelstand, Lehre und Arzt. Aber kein Unternehmer. Und wie kam das denn bei dir damals mit der Selbstständigkeit, das erste Unternehmen? Wie kamst du darauf? Ich wollte mit 14 eigentlich genug Taschengeld haben, damit ich mir jede Woche ein neues Gamepad kaufen kann. Und ich mir den neuesten Computer kaufen kann, die neue Playstation 1 und was auch immer. Und da haben die 20 Mark Taschengeld nicht ausgereicht im Monat. Und da musst du halt was tun. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in der beruflichen Laufbahn von dir? Da gibt es nicht den mutigsten Schritt. Ich glaube, als Unternehmer und Oper-Turnist ist ja jeder Schritt sehr, sehr gewagt. Ich meine, wir haben das Event hier nach Deutschland geholt, ohne zu wissen, ob überhaupt ein Besucher kommt. Wir haben jetzt nachmittags, wo die Menschen nochmal nicht essen und schau dich um, es ist voll. Das heißt, jedes Unternehmertum bedingt so sein Risiko. Aber ich glaube, Beharrlichkeit und Vertrauen auf das Ganze ist eigentlich das, was dann den Erfolg ausmacht. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Wenn ihr ein Ziel habt, dann bleibt beharrlich. Ich meine, wir lernen alle dadurch, dass wir hinfallen, ob das das Laufen lernen ist oder das Radfahren. Und beim Unternehmer-Turnist ist das selbe. Einfach weitermachen. Nie aufgeben, ne? Nie aufgeben. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ich verdiene vier- bis fünfstellig im Monat netto. Was genau machst du denn beruflich? Ich arbeite bei meinen Eltern, die sind in der Baubranche tätig. Ich bin nebenbei noch Tänzerin und betreue auch Social-Media-Accounts. Okay, also ein Multitalent hier. Was macht dir am meisten Spaß? Wo hast du deine Passion? Bilder machen, Videos machen für die Social-Media-Accounts, das macht echt Spaß. Da gehst du auf. Und dann bist du da auch selbstständig? Hast du eine Firma oder Unternehmen angemeldet? Genau, ja, eine Consulting. Wie bist du dazu gekommen? Also vielleicht ganz kurz der Werdegang. Kannst du das mitnehmen? Ja, ich habe bei meinen Eltern dann angefangen und die machen eben Dachbeschichtung, auch PV-Anlagen. Und die hatten Bilder gebraucht von den Dächern von oben. Dann habe ich einen Drohnenschein gemacht. Einen Drohnenschein? Wie macht man den? Den kannst du online machen. Dann bin ich Drohne geflogen und dann kam das mit den Bildern irgendwie so eins zum anderen. Und dann auf Weiterempfehlung und jetzt läuft das irgendwie so mit Bildern. Also so normale Studium, Ausbildung hast du alles nicht gemacht, sondern bist dann cool einfach... Ausbildung habe ich gemacht, aber in einem externen Unternehmen. Das wollten meine Eltern so. Und dann jetzt zu denen in die Komfortzone. Was würdest du sagen war der mutigste, der wichtigste Schritt bei dir bisher in der beruflichen Laufbahn? Ich habe ja meine Ausbildung in einem Bauunternehmen auch gemacht. Und ich war dann auch fünf, sechs Jahre noch dort. Und ja, diese Kündigung einfach aus diesem sicheren Arbeitsplatz raus ins Selbstständige war so der größte, aber beste Schritt meines Lebens. Ja, dieses Weg von 9 to 5 war, ja, das ist das, was einen erfüllt meiner Meinung nach. Was macht dir am meisten Spaß an einem jetzigen Beruf? Was würdest du sagen? Dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Das ist mega wichtig. Das heißt, wenn ich einfach mal abends länger weggehe, dann muss ich nicht denken, oh, morgen muss ich um 7 Uhr wieder da sitzen. Klar, du musst deine Arbeit machen, aber du kannst es dir selbst einteilen und das ist das Beste, was passieren kann. Bist du happy? Sehr, extrem. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Immer dranbleiben. Das, was man machen will, sollte man auf jeden Fall machen. Egal, was die anderen sagen, einfach durchziehen und unwichtige Sachen hinten anstellen. Und wenn man hustlet, dann kommt man irgendwann dahin, wo man hinkommen will. Was verdienst du monatlich netto? Auf jeden Fall genug, dass es für eine Familie mit zwei Kindern reicht. Ungefähr Richtung? Über 5.000, unter 5.000? Über 5.000. Was machst du beruflich? Ich bin Immobiliengutachter bei einer Bank hier im Gebäude. Wie bist du zugekommen? Wie war der Werdegang? Vielleicht ganz kurz. Ich habe bei der Bank gelernt, habe eine Bankausbildung gemacht, aber schon mit dem Fokus Richtung Immobilienwirtschaft. Habe Immobilienfinanzierung gemacht und seit 10 Jahren mache ich Gutachten. Okay. Und bist du happy? Bin auf jeden Fall happy. Also ich habe den geilsten Job der Welt. Ja, sehr schön. Super, siehst du auch glücklich aus. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Der Wechsel quasi von der Immobilienfinanzierung zu Gutarterei. Das war schon ein Schnitt. Und was ist vielleicht ein Tipp, den du den jungen Menschen draußen noch mit auf den Weg geben kannst, den du vielleicht damals selber gewünscht hättest? Sucht euch auf jeden Fall irgendwas, was euch Spaß macht. Es gibt nichts, also man sitzt so lange am Schreibtisch mit den Kollegen zusammen, sucht euch auf jeden Fall, was Spaß macht. Acht Stunden am Tag irgendwas zu machen, was einen nicht glücklich macht, ist höchst strafbar. Was verdienst du monatlich netto? Ich verdiene eine gute Summe. Gute Summe. Gute Summe, ja. Ungefähr Richtung? Ist es über 100.000 Euro, unter 100.000 Euro monatlich? Will ich nichts dazu sagen. Okay. Was sind deine Hauptkostenpunkte monatlich? Also wofür gibst du Geld aus monatlich? Kannst du uns da vielleicht eine kurze Gliederung geben? Miete. Miete? Tanken. Essen einkaufen. Was zahlst du an Mieter? Um die 5.000, sagen wir mal so. Um die 5.000. Essen dann? Was zahlst du essen? Einkaufen gehen. Also meine Frau geht einkaufen und dann kommt da, sag ich mal, wocheneinkauf zwischen 100 und 200 Euro. Okay. Also ungefähr 1.000 Euro monatlich? Ja, sagen wir mal ungefähr 1.000 Euro. Klamotten? Bist du viel am Shoppen? Nee, ich habe einen Puma-Vertrag, ich kriege Sachen von Puma geschenkt, deswegen hole ich mir da immer was von Puma. Reisen? Wie ist es mit Reisen? Zwischen, sag ich mal, 4.000 und zwischen 10.000 ist alles möglich. Okay. Aber dann jährlich oder monatlich? Nein, nein, nein. Jährlich, sagen wir mal. Jährlich. Jährlich, okay. Und jetzt die Frage, was machst du beruflich? Ich glaube, die meisten kennen dich auch. Ja, ich bin Profifußballer. Ich spiele gerade bei Stuttgart, beim VfB, in der ersten Bundesliga und das ist mein Job. Wir kennen uns von damals noch. Ich wohne auch in Achim, du kommst auch aus Achim. Du bist nicht den einfachen Weg gegangen, direkt irgendwie, wie man das kennt, als junger Spieler dann direkt irgendwie in Profikader, sondern du hast den steinigen Weg über Viertliga, Drittliga gegangen. Kannst du das ganz kurz vielleicht einfach mitnehmen? Ja, ich bin damals von Werder rausgeflogen, bin dann nach Weihe gewechselt, von Weihe U15 bis U17, dann von der U17 in die U19 bin ich nach Havelsee gewechselt. Von Havelsee bin ich dann nach Braunschweig gewechselt. Nie richtig dran glaubt, wie gesagt, einfach gekickt aus Spaß. Von Braunschweig dann nach Meppen, nach einem Jahr. Von Meppen dann in die belgische zweite Liga, belgische erste Liga. Ganz kurz mal, Belgien hast du, du bist in die zweite Liga gewechselt nach Belgien, du bist aufgestiegen und dann Meister geworden. Und du, glaube ich, sogar Torschützenkönig. Wahnsinnsgeschichte, ne? Ja, überragend. Ich habe es nie richtig so geglaubt oder nie so dran gedacht. Und jetzt, mir war es eher wichtiger, in die Premier League zu wechseln, als Torjäger in der ersten belgischen Liga zu sein. Und dann das erste Spiel sogar, habe ich das sogar live mitbefolgt, weil mein Verein ist Manchester United. Ja, genau. Dann hast du, glaube ich, gegen Ronaldo höher gestpielt? Ja, bin ich ein paar Sekunden reingekommen, jetzt nicht großartig, aber trotzdem stand ich auf dem Platz mit Ronaldo. Ich glaube, für mich war es ein Traum geworden. Für mich ist Messi trotzdem der bessere Fußballer. Scheinen wir raus. Hast du ihn gequatscht? Ne, ne, der war sauer, weil er selber erst eingewechselt worden ist. Und ne, dann ein Jahr in Brighton gespielt und dann nach Stuttgart gekommen. Und jetzt bin ich Nationalspieler. Hammer, Hammergeschichte. Habt ihr gestern hier ein Länderspiel gehabt in Frankfurt? Genau, meine erste Länderspielreise. Ich habe jetzt davor gegen Frankreich gespielt, letzte Woche. Und gestern leider nicht zum Einsatz gekommen, aber ich bin überglücklich dabei gewesen zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, emotional musst du gerade echt... Ja, ich bin überglücklich. Also ich bin nur noch am Grinsen. War ich vorher auch schon, aber jetzt noch mal ein bisschen mehr. Werde sagen wir, ist noch eine Grinselwaffe. Und Stuttgart, bleibst du erstmal? Oder hast du vielleicht vor, reizt dich die Premier League vielleicht? Ich habe jetzt ein Jahr da gespielt. Mal schauen, was passiert. Bei mir ist alles offen. Werden viele Gespräche geführt, aber mal schauen. Was ist ein Tipp vielleicht, den du den jungen Leuten daraus mitgeben kannst? Man sollte meiner Meinung nach nie negativ sein, nie schlecht gelaunt sein. Auch, ich weiß, kommen manchmal Schicksalsschläge, dann bist du automatisch traurig. Aber versuche immer nach vorne zu gucken und dann an sich arbeiten, Gas geben und dann wird es irgendwann. Wenn nicht, hat man trotzdem versucht, das ist ja ein Traum. Und heißt ja nicht, dass jeder, der einen Traum hat, seinen Traum verwirklichen kann. Deswegen einfach daran glauben, Gas geben und zumindest wenn es nicht klappt, kannst du sagen, ich habe alles gegeben. Und dann kannst du trotzdem glücklich daraus sein. Sehr gut gesagt. Unfassbar sympathisch, finde ich. Unfassbar bodenstätig. Genauso wie damals. Achima, Achima, ne? Achim Nord, ne? Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Gerade 1,5. Reicht das dir? Zurzeit noch, ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Sales Development Representative. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Himm uns mit. Du, ich habe mich gefragt, was ist das Hauptding, was mich am meisten weiterbringen wird im Leben. Was ist eine Fähigkeit, die mir immer dienen wird. Und das ist, denke ich, definitiv der Verkauf. Wir verkaufen uns alle täglich, ziehen uns schön an, setzen lächeln auf. Und wie man sich gut artikuliert und bestimmte Werte, die man eben vertritt, kommuniziert, wollte ich lernen und habe dann einfach ein Praktikum in einem E-Commerce-Bereich bei einem Softwarehersteller gemacht und bin dann so dazu gekommen. Bist du happy? Sehr, 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 sehr happy, ja. Das sieht super aus. Ja, ist wunderbar. Remote Work ist sehr cool. Man kann sich den Arbeitsplatz aussuchen. Wenn man im Büro arbeiten will, kann man das. Wenn man von zu Hause arbeitet, lieber ist es auch in Ordnung. Was war bisher der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Neins zu akzeptieren, Ablehnung zu akzeptieren und für sich einfach die richtige Einstellung, das richtige Mindset zu etablieren, um da dann eben trotzdem erfolgreich sein zu können. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst vielleicht? Definitiv, dass man sich Zeit nehmen sollte, zu reflektieren, wer man ist und noch viel wichtiger, wer man sein will und was es braucht, um diese Person zu werden. Und dafür ist es halt super wichtig, sich zu fragen, was die eigenen Werte sein sollen und welche Verhaltensweisen man dafür etablieren muss im Alltag, um eben diese Werte bestmöglich zu vertreten. Hammer, sehr inspirierend. Vielen Dank. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Privacy. Privacy. Kannst du uns eine grobe Richtung geben, vielleicht über 5.000, unter 5.000? Unter 5.000. Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Schon, weil ich mache auch nebenbei, ich bin ein DJ. Und was machst du hauptberuflich? Automobilverkaufsmann. Und du hast gerade schon gesagt, DJ machst du nebenbei? Fashion auch irgendwas, weil you're dripping, bro. Bisschen, bisschen, so little by little. Ich dachte, du hast safe eine Modebrand oder irgendwas? Ne, 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 aber ich habe schon ein paar Mal so Fotoshootings gemacht. Ah, okay. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an deinem Job? Beim DJ'n ist es halt, Menschen Freude zu bringen und daran Spaß zu haben. Und beim Automobilkaufmann? Das macht mir auch Spaß, aber es ist so, du weißt, es ist halt normal ein Job. Work, ja. Ja, work. Wie bist du dazu gekommen? Also, wie war der Werdegang? Hast du nach der Schule eine Ausbildung gemacht oder wie war das bei dir? Ne, erstmal habe ich ja gechillt, um zu wissen, welche Richtung ist für mich das Beste. Und halt mein Stiefvaters Bruder gehört den Firma, weißt du? Ah, ich see. Und ich habe erstmal so ein, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch heißt, aber ich habe erstmal so ausprobiert, so mäßig. Okay, ja, ausprobiert, orientiert, wo deine Passion ist. Ja, genau. Und was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? Das zu machen, ne? Live life, life is short. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? 1.100, 200 Euro. Reicht das dir? Ja, reicht, weil ich halt noch andere Benefits von meinem Unternehmen bekomme. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin dualer Student bei einer der führenden Automobilhersteller in Deutschland. Und wie bist du zugekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang? Eigentlich war das echt ganz spontan die Entscheidung. Ich habe spontan auf TikTok die Werbung davon gesehen, von deren Stelle und habe mich dann einfach aus dem Bett hinaus beworben und wurde dann am Ende des Tages auch angenommen. Und das war dann praktisch direkt nach der Schule oder hast du vorher noch was gemacht? Ne, das war während der Schulzeit habe ich mich beworben, also während meines Abis habe ich mich beworben und dann direkt nach der Schule habe ich halt im Juni mein Abi gehabt und im September habe ich dann dort begonnen. Bist du happy? Ja, schon, würde ich so sagen. Was macht dir meistens Spaß am dualen Spielgang? Ja, ich finde dieser Mix von zum einen im Unternehmen und im Studium, also dass du beides hast, dass du beide Seiten siehst, hilft einem zum einen extrem zu wachsen, als auch wirklich zu wissen, was in der Berufswelt abgeht und daraus kann man als Jugendlicher meiner Meinung nach sehr viel lernen. Dann tauchst du auch, denke ich mal, bei der Praxis in verschiedene Unternehmensbereiche ein? Genau, also wir können uns da aussuchen, in welche Unternehmensbereiche wir gehen und dadurch, dass das immer nach den Fähigkeiten geschnitten ist, ist das eigentlich echt gut, dass man da seine Fähigkeiten weiter ausbauen kann. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher bei dir? Vom Elternhaus auszuziehen. Also war nur möglich, weil ich ausgezogen bin. Ich lebe jetzt in Bayern, vorher habe ich in NRW gewohnt. Ich finde, dass es einer der wichtigsten und besten Steps ist, um auch sich selbst weiterzuentwickeln. Und was ist ein Tipp, den du jungen Menschen noch mit auf den Weg geben kannst? Einfach mal machen. Also klar, darüber im Klaren sein, was für Konsequenzen es hat, aber wenn ihr es wirklich machen wollt, dann macht es einfach. Und wenn ihr es im Nachhinein bereut, dann gibt es immer noch Lösungen und Wege, andere Wege einzuschlagen. Aber macht einfach das, was in eurem Herzen liegt und geht dem nach, was ihr liebt. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Kannst du uns das ungefähr sagen? 1.600, 700 maximal. Was machst du genau beruflich? Alles, was steht von Reinigung. Boden, Treppe, Müllwechsel, Glasreinigung, sowas. Wie bist du dazu gekommen? Wie war vielleicht der Werdegang bei dir? Ja, das erste Mal war weniger und jetzt ein bisschen besser. Zur Schule, dann danach praktisch, was hast du danach gemacht? Vielleicht kannst du uns ganz kurz mitnehmen. Früher, ich habe gearbeitet in Rumänien, Baustelle. Okay. Und jetzt hier habe ich gewechselt. Jetzt bin ich von Reinigung von sechs Jahren. Ich bin bei dieser Firma von sechs Jahren. Okay. Bisschen Deutsch gelernt, nicht so gut, aber läuft. Ist sehr gut, sehr, sehr gut. Läuft. Ja, für sechs Jahre bist du erst hier. Ja. Super Deutsch. Hammer. Und wie meisterst du das? Weil du viel mit, in deiner Arbeit auch viel Deutsch sprichst oder besuchst du Kurse oder wie bekommst du das hin? Nein, nein, nur zu arbeiten. Mit Chef, letzte Mal, ich habe nichts verstanden. Und so, gar nichts. Ich habe gekommen von Griechenland hier direkt. Ja. Arbeiten in Griechenland. Eine Jahre und dann hier gekommen. Griechenland, hast du gesagt? Ja, ja. In Bonn-Athena. Aber wir haben zurück hier bekommen und dann nichts verstanden. Sagen, hallo oder guten Tag oder sowas. So langsam, langsam, langsam. Wann willst du, passt alles. Was ist ein Tipp praktisch für die jungen Menschen, die vielleicht noch zur Schule gehen, was du mit auf den Weg geben kannst? Ohne Drogen und arbeiten. Schule machen, ohne Drogen, ohne, ja, kein Alkohol trinken oder so, eine Zigarette, aber ohne Drogen. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Ja, aktuell sind es leider noch unter 5.000. Allerdings, ja, gibt es immer mal ein paar Sonderzahlungen, wo es dann auch schon mal auf die 5.000 zugehen kann. Was machst du denn beruflich? Aktuell arbeite ich bei Mercedes im Werk Bremen, im Umwelttechnologiezentrum. Ich führe die Tests durch, um die Verbräuche und Emissionswerte zu ermitteln. Und wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Nimm uns mit. Ja, ich habe 2018 mein Abitur abgeschlossen und habe dann eine Ausbildung bei Mercedes im Werk gestartet. Okay. Und ja, die habe ich dann 2021 beendet und war dann zuerst im Rohbau, also die Roboter bedienen, die die Karosserien zusammenschweißen, sage ich mal. Und ja, habe mich da dann weg beworben und bin ins Umwelttechnologiezentrum gekommen. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß jetzt im Umwelttechnologiezentrum? Oh, den größten Spaß habe ich eigentlich dabei, da ich so autobegeistert bin, die Autos quasi jeden Tag zu erleben und auf dem Prüfstand auch fahren zu dürfen. Und die Begeisterung mit den Autos, das ist schon länger? Ja, doch. Die habe ich schon seit Kindheit quasi. Was würdest du denn sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt bisher in deiner beruflichen Laufbahn? Ja, darauf zu schauen, woran man Spaß hat und in die Richtung weiterzugehen. Hast du vielleicht einen Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, dazu habe ich eine kurze Story und zwar habe ich einmal auf einer Kreuzfahrt mit dem Kapitän gesprochen. Okay. Und der hat mir den Tipp gegeben, lass dich von Enttäuschung nicht entmutigen. An der Stelle nochmal für eine Grüße an Jens Janaufek, falls du das siehst. Und ja, hinzufügen würde ich noch, auch immer wenn man sich große Ziele setzt, sage ich mal, ist es immer wichtig, noch die Lebensqualität auch beim Erreichen der Ziele im Blick zu haben und einfach auch Spaß auf dem Weg zu haben. Was verdienst du monatlich netto? Kannst du das sagen? Ja. Genug. Genug. Gute Antwort. Grobe Richtung, über 5, unter 5.000? Mehr als genug. Mehr als genug. Ja. Okay, diplomatisch hier. Reicht es, um deinen Lebensstandard zu finanzieren? Ja. Ja? Ja. Was machst du beruflich? Physiotherapeut. Und wie bist du dazu gekommen? Indem ich erst Schauspiel studiert habe, dann Modedesign und dann mich für Physiotherapie entschieden habe. Okay. Also erst mal vieles ausprobiert, dann auch geguckt, wo deine Leidenschaft liegt? Nee, ich bin immer, ich habe immer so kurz ad hoc gehandelt. Also Schauspieler kennengelernt, Schauspiel studiert, abgebrochen, dann zufällig an einer Modefachschule vorbeigelaufen. Dann habe ich das ein Jahr gemacht oder zwei. Spannend. Habe es wieder abgebrochen, als ich dann gemerkt habe, wie es wirklich beruflich ist und ein Praktikum gemacht habe und dann habe ich gejobbt und dann habe ich Physiotherapeuten kennengelernt. Okay. Spannend. Also gar nicht so finanziell motiviert gedacht, sondern eher auf dein Herz gehört, was dir wirklich Spaß macht? Ja. Okay. Und was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn, was dich näher zu deinem persönlichen Glück gebracht hat? Mich selbstständig zu machen. Selbstständigkeit? Ja. Okay. Hat auch Schattenseiten, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Kannst du vielleicht kurz mal, bist du als Physiotherapeut dann auch selbstständig? Kannst du vielleicht kurz ein, zwei Nachteile, Vorteile vielleicht von der Selbstständigkeit was sagen? Ja, mit meiner ersten Praxis bin ich pleite gegangen. Dann habe ich die zweite gegründet, während mein erstes Kind kam und das lief dann richtig gut und jetzt haben wir die zweite aufgemacht und ja, aus den Fehlern der ersten haben wir gelernt, wie wir es bei der zweiten und der dritten besser machen. Okay. Ja, Hammer, Hammergeschichte. Inspirierend. Und jetzt bist du glücklich oder bereust du irgendwas im Rückblick praktisch, beruflich gesehen? Nö. Nö, ich bin glücklich. Ja. Ja, absolut. Also ich denke mir manchmal, ich wäre auch ein guter Anwalt oder ein guter Journalist oder weiß ich nicht, aber ich kann nicht alles machen und jetzt bin ich halt ein guter Physiotherapeut. Ja, sehr schön. Letzte Frage wäre ein Tipp für die jungen Menschen da draußen, den du vielleicht mitgeben kannst auf dem Weg. Ja, bleibt echt, bleibt im Leben und versucht Social Media ein bisschen zu reduzieren. Redet mehr mit den Menschen. Ich versuche in Zukunft weniger Videos zu produzieren. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Kannst du es da ungefähr in eine Richtung geben? Ehrlich zu sagen, momentan tatsächlich Mindestlohn ist wahr, mal mehr, aber der Firma geht es nicht so gut. Was genau machst du beruflich? Das war gerade Mechatroniker, Werkstattleitung tatsächlich. Wie bist du dazu gekommen? Meine Eltern haben gesagt, mach was Handwerkliches. Okay. Ja, das war irgendwie so, ja, mach was aus dir. Von den Eltern so ein bisschen in die Richtung Handwerk. Ja, also ich werde jetzt auch nochmal studieren, also ich habe jetzt erst die Ausbildung fertig und werde jetzt nochmal wahrscheinlich im Oktober anfangen zu studieren, Maschinenbau. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn? War es jetzt der Schritt zu sagen, ich gehe nochmal studieren? Ist auf jeden Fall sehr mutig, also ist natürlich nicht so mutig, wenn man schon mal ein Standbein hat. Ich kann immer sagen, Alter, ich mache weiter meinen Job. Ja, ich bin etabliert in einem Betrieb, wo ich sagen kann, ich kann immer zurückfallen darauf. Natürlich ist es auch hart, wenn du zwei Standbeine dann hast. Also ich muss dann während dem Studium noch zwei, drei Tage die Woche arbeiten gehen. Was ist ein Tipp praktisch für junge Menschen? Was würdest du sagen? Also Jungs, macht was aus euch, ja. Gammelt nicht rum. Na ja, mein Bruder gammelt nur rum. Aus dem wird nichts werden. Selbst wenn du eine Ausbildung machst, ja, also ich sage es euch, das ist Sklaverei. Aber selbst wenn ihr eine macht, macht ihr was besser, als wenn ihr nur rumgammelt. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Das variiert bei mir komplett. Weil ich lege manchmal in Frankfurt auf und deswegen ist eigentlich nie eine genaue Zahl so einzuschätzen. Okay, also DJ. Ja. Kannst du uns vielleicht einen Durchschnitt nennen, den du verdienst monatlich? Vielleicht zwei, drei tausend, über, unter? Ich würde so sagen, weil jetzt irgendwann die Sommersaison, da ist es dann immer wieder mehr, im Winter etwas weniger und so. In Frankfurt ist ja allgemein die Eventstadt. Wie bist du dazu gekommen? Also machst du das hauptberuflich, den DJ-Job? Nee, also hauptberuflich, hauptberuflich bin ich Student, aber ich habe es nebenbei angefangen mit einem Freund zusammen. Okay. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir ziehen uns jetzt mal durch, machen das mal, schauen mal, wo es uns hinführt auch. Ja. Und deswegen kam es dann so ein bisschen nebenbei. Aber super, ich habe super viel Spaß gemacht. Hast du deine Passion gefunden, würdest du sagen? Ja, 100%. Wichtigste Frage? Bist du happy? Immer happy. Das ist das Wichtigste. Sehr gut, danke. Ich finde, dass, wenn du was machst, was dir keinen Spaß macht, was ich schon oft gemacht habe, bist du auch niemals erfolgreich. Weil ich finde, man muss immer Spaß bei der Sache haben. That's what I'm saying. Man muss immer Spaß an der Sache haben. Und wenn du das nicht hast, wie willst du dann noch motiviert sein, weißt du? 100%. Was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt von dir in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Also ich finde, es ist wichtig, dass man immer viel ausprobiert. Ja. Alles ausprobiert. Wenn du die Möglichkeit hast, probier es aus. Und deswegen, ich würde jetzt keine Sache so spezifisch sagen, so was war das Mutigste, sondern einfach sagen, so sei mutig und nutz die Chance. Was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Ja, ich würde sagen, genau das. Also bleib am Ball, zieh durch, mach das, was du willst. Und wenn du denkst, dass das, was du willst, dir auch was bringt, dann erst recht. Weißt du? Also einfach das machen, was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist das Erfolgsprozept für jeden von uns. Was verdienst du monatlich netto? Pass mal auf, wenn du dich einmal hinsetzt mit einem gespitzten Bleistift und dir überlegst, was du so fürs Leben brauchst. Wenn du irgendwann mal eine Family hast, vielleicht ein Häuschen hast und noch ein bisschen leben möchtest. Manchmal willst du vielleicht auch dich von dem ganzen Scheiß erholen gehen und brauchst dringend mal einen Urlaub. Okay. Rechne es hoch und dann muss es reichen. Also ich sage mal, über 5.000, nehme ich mal an. Naja, es ist natürlich irgendwo wichtig, dass es einfach reicht. Was sind deine Hauptkostenpunkte monatlich? Kannst du es dann eine ganz grobe Gliederung geben? Du musst gar nicht zahlen sein, aber einfach ungefähr, wo das meiste Geld drauf geht. Wohnen natürlich, Auto. Okay. Wohnen ist dann Eigentum, Miete oder? Eigentum. Eigentum, ja. Und naja, wenn man sich eine Familie leisten will, dann natürlich die Kinder mit allem, was dazu gehört. Das geht ja schon beim Wohnen los. Dann brauchst du ein größeres Auto, dann werden die Einkäufe teurer und so weiter. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Dann brauchst du noch ein paar Versicherungen, das ist auch wichtig. Ein bisschen Altersvorsorge ist total wichtig. Dann ist immer die Frage, bist du privat krankenversichert oder gesetzlich? Da kommt schon ordentlich was zusammen hier in Deutschland, ne? Ja, schon, auf jeden Fall. Jetzt die Frage, was machst du beruflich? Ich arbeite hier in Frankfurt bei einer Bank. Okay. Ja. Deswegen auch die Verschwiegenheit beim Gehalt, nehme ich mal an. Selbstverständlich. Okay. Ist es eine größere Bank hier in Frankfurt? Ja, schon. Wie bist du dazu gekommen? Also wie war dein Werdegang? Wusstest du schon damals, dass du in den Bankenbereich gehen willst oder wie war das bei dir? Ich wusste eigentlich nie, was ich werden will. Und bin dann aus lauter Verzweiflung nach dem Abitur in den wirtschaftlichen Zweig gegangen, kaufmännisch. Ich habe halt mir gedacht, okay, gehst du mal, machst du alles Studium, bist du schnell fertig nach drei Jahren, kannst dann auch schon schnell anfangen, Geld zu verdienen. Bin dann halt auf Anraten meiner Eltern in eine Bausparkasse gegangen, damals noch in Stuttgart. Und ja, so bin ich dann irgendwann über Umwege nach Frankfurt in die Bankenlandschaft gekommen. Und wenn du halt bei der Bank bist, zieht es dich natürlich irgendwann nach Frankfurt. Bist du glücklich? Ja, natürlich. Ja? Ja. Siehst glücklich aus? Ja, klar. Und die letzte Frage wäre, hast du einen Tipp für die jungen Menschen da draußen, die vielleicht noch zur Schule gehen, noch studieren, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, später vielleicht einen Tipp, den du den Leuten mit auf den Weg geben kannst? Also ich glaube, die jungen Leute kriegen immer mit auf den Weg gegeben zur Zeit, dass sie was machen sollen, was ihnen Spaß macht und was sie nicht so überfordert. Ja. Ich würde aber mal, also das finde ich auch wichtig, würde aber auch gerne bewusst mal in die andere Richtung gehen. Also macht auch was, was euch fordert, was vielleicht auch mal keinen Spaß macht und wo ihr sicherstellen könnt, dass ihr halt euer Einkommen habt und dass ihr auch noch Geld bekommt, wenn ihr später mal irgendwann alt seid und nicht mehr arbeiten könnt. Und dann muss halt auch genug Kohle da sein, um irgendwie eigenständig zu bleiben. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Über vier. Über vier. Reicht es, um deinen Lebensstand zu finanzieren? Definitiv, ja. Was machst du denn beruflich? Kunststoffe. Aber nicht die, die ins Meer kommen, sondern die guten für Lärmschutzwände, Überdachungen, Greenhousing, sowas. Wie bist du zugekommen? Über die Family und über ein Praktikum ein bisschen außergewöhnlich, von Shanghai nach Tel Aviv und dann, ja, so bin ich reingekommen. Okay. Bisschen über Umhängen. Und wie bist du nach Shanghai gekommen in Frankfurt? Weil ich mich im Auslandssemester in der Reihe vertan habe. Ich wollte nach San Diego und bin in Shanghai gelandet. Nein. Wie spürst du? Wirklich? Ja, ja. Sehr gut. Und wie hast du dich zurechtgefunden in Shanghai? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also Telekomladen, Internet und alles, reine Katastrophe. Aber eine geile Erfahrung, ne? Ja, definitiv. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich falsch einzutragen und dann irgendwo anders hinzugehen. Bist du glücklich? Ich konnte ein bisschen weniger arbeiten, aber sonst passt es eigentlich ganz gut. Was würdest du sagen, war der wichtigste, der mutigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Einfach mal wirklich in diese Kunststoffwelt reinzugehen, auch wenn es immer so Vorurteile und sowas gibt. Eigentlich, wenn man sich genauer das ganze Zeug anguckt, eigentlich ganz cool und doch nicht immer so vorurteilsbehaftet, wie es eigentlich ist. Und hat da wahrscheinlich auch einen großen Impact, ne? Ja, ja. Definitiv. Definitiv. Also du kriegst halt auch wirklich das ganze Geschehen über Recycling und sowas mit. Und da gibt es noch viel spannende Themen für die Zukunft und ja, vielleicht kann ich da wie sie was machen. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Um die 7000. Ehegarten-Splitting ist da hilfreich, dann passt es netto. Bist du glücklich damit? Reicht es, um deinen Lebensstatt zu finanzieren? Passt. Sogar in München. Okay. In Frankfurt wird es wahrscheinlich erreichen. Was machst du beruflich? Ich bin Diplom-Kaufmann und so in einer größeren Unternehmensgruppe für die Innenrevision verantwortlich. Da ist das aber Gehalt schon ganz ordentlich, ne? Für den Angestellten netto? Ne, also für eine Führungskraft eigentlich ganz normal. Ach, du bist eine Führungskraft, okay. Also Richtung Rente. Ja, oder relativ kurz vor der Rente eigentlich. Okay, verstehe. Ist das schon okay? Sollte man eigentlich schon da sein? Ja, also bist du jetzt dann im Unternehmen schon 20, 30 Jahre? Ja, 25, ja. Okay. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz den Werdegang, vielleicht beschreiben. Ja, wie gesagt, Betriebswirtschaft studiert, Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüf, klassisch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingestiegen, Preisworte aus Kupers, fünf Jahre und dann von einem Manager, mit dem ich gearbeitet habe, abgeworben worden, weil der in der Unternehmensgruppe die Innenrevision aufgebaut hat. So ging es dann los und da bin ich dabei geblieben bei der Unternehmensgruppe, weil die halt total viele interessante Felder hat. Und was würdest du sagen war der mutigste, der vielleicht wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn, der dich am meisten erfüllt hat? Der mutigste Schritt war, dass ich sage, ich habe ja nicht Schule studiert, sondern ich habe erst gelernt und Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, ich mache nicht weiter, sondern ich will doch noch das Maximale rausholen und studieren. Das hätte ja in die Hose gehen können. Das war so der mutigste Schritt. Okay. Versuch es und hat geklappt. Und bist du jetzt glücklich oder bereust du irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Passt. Sehr schön. Ich habe meine Frau kennengelernt, die hat Kunstgeschichte studiert, Magistratium und dadurch habe ich noch ein bisschen Kultur mitgekriegt und dann passt das. Wunderbar. Und letzte Frage wäre, ein Tipp, den du vielleicht jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst. Ja, riskier es, probier es aus und musst dann an den Klappen und wechsel dann, sei mutig und hör auf deinen Bauch. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Hm? Hä? Nochmal, nochmal, nochmal. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Wer hat dich geschickt? Grobe Richtung. Grobe Richtung. Über 5.000, unter 5.000. Ich kann nicht sagen, ja. Aber es reicht, es reicht auf jeden Fall. Es reicht, es reicht. Was genau machst du denn beruflich? Ich bin selbstständig. Ich mache Comedy-Videos und Musik. Wie kann man dich finden für die Leute? Ich heiße Ah, Nice, Aha und Nice, Ah, Nice. Ich kann jetzt nicht sehen, wie erfolgreich du bist. Ich habe jetzt keine Zeit oder was, aber ich glaube, du bist ein bisschen größer, ne? Kann ich mir vorstellen? Ich habe fast eine Million auf YouTube. Wow. Hoffentlich schaffe ich dieses Jahr die eine Million. Deswegen, hey Leute, wenn ihr guckt, bitte kommen. Eine Million. Wie bist du dazu gekommen, als du Social Media? Das war niemals, das war niemals im Plan. Mein Bruder hat damals eine Kamera gekauft, weil er YouTube-Videos machen wollte. Okay. Und er meinte zu mir so, auf Spaß, mach du doch auch, wenn du Bock hast. Geil, ja, okay. Und ich habe einfach die Kamera genommen und ich habe einfach gespürt, ey, das ist was für mich. Und ich habe angefangen, es hat mir Spaß gemacht. Und ja, der Rest ist Geschichte. Wie viel Geld verdienst du monatlich? Wir gehen direkt rein. Wie viel Geld verdienst du monatlich netto? Naja, erstmal ist ja alles in der GmbH drin, weißt du? Dementsprechend so. Okay, was zahlst du dir aus? Als Gehalt zahle ich mir 20 aus. 20? Ja. Okay, das ist ordentlich. Und verdienst ist, ja, so sechsstellig halt, ne? Okay, wow. Ja. Was genau machst du beruflich? Wie kann man so viel Geld verdienen oder sich auszahlen? Ich mache YouTube, wir haben eine Partnerschaft auf Amazon und ich habe noch eine Modefirma. Okay. Wie findet man dich auf Social Media? Naheim Sky. Naheim Sky. Genau. Abchecken. Und wie bist du gekommen? Vielleicht ganz kurz der Werdegang. Kannst du das mitnehmen? Boah, ich mache schon seit über zwölf Jahren YouTube. Also damals so die ersten sieben Jahre gefühlt kein Geld damit verdienen. Okay. Und erst seit 2017 kann ich davon leben, ja. Sehr stark. Immer dran geblieben. Immer dran geblieben. Und jetzt seit drei Jahren mache ich so ein Erkenne-Den-Format, wo wir dann immer erraten müssen, wer die Wahrheit sagt. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch. Jetzt ist so. Das Format kenne ich auf jeden Fall. Ja, kennst du? Ja, das Format kenne ich. Aber würdest du sagen, hast du den Passion gefunden? Ja, safe. Ja. Safe. Also ich gehe voll drin auf. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe auch immer neue Projekte anzugehen und sowas. Das ist so genau mein Ding. Also klar, man will natürlich irgendwo auch gutes Geld verdienen, aber ich denke, die Vision, die Passion und alles andere ist viel mehr wert. Danach kommt das. Genau, das kommt dann sowieso. Was würdest du sagen, war der mutigste, der wichtigste Schritt in deiner beruflichen Laufbahn bisher? Wichtigste Schritt? Nicht auf das zu hören, was mir gesagt wurde von anderen, sondern auf meine Vision zu bochen und da weiter Gas zu geben, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Was würdest du sagen, macht dir den meisten Spaß an deinem jetzigen Beruf, Social Media? Was ist das Coolste daran? Die ganzen Menschen kennenzulernen. Wir lernen so viele neue Menschen immer wieder kennen. Ich liebe es auch, Netzwerke, ne? Genau. Und ich liebe es immer, mit meinen Freunden zu drehen. Man lernt auch viele neue Freunde kennen, gerade in dem Bereich. Ich bin da echt, auch durch die Welt zu reisen. Wir haben auch viele Auslandsprojekte immer wieder. Es macht einfach extrem viel Spaß. Cool. Und letzte Frage wäre, was ist ein Tipp, den du jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst? Gerade jetzt vielleicht als Selbstständiger, für die, die sich später mal selbstständig machen wollen oder vielleicht sogar auf Social Media irgendwie ein Creator werden wollen. Nicht zu sehr aufs Geld fokussieren, sondern eher eine Passion finden, darin aufgehen, auch einen Mehrwert schaffen. Also es gibt auch Passion, die keinen Mehrwert schaffen, so muss man einfach auch sagen. Aber so immer auf das fokussieren, wo man auch Spaß daran hat, weil dann hast du sowieso schon gewonnen im Leben. Weißt du, du holst dir am Ende des Tages mit Geld, finanzierst dir Sachen, die dir Spaß machen. 100%. Weißt du? Aber wenn du schon Spaß in deinem Beruf hast, dann hast du es schon gewonnen. Könnte ich nicht mehr zustimmen. Ich glaube, wenn du was findest, wo du voll dran aufgehst oder deine Passion findest, dann wird das Geld nach und nach sowieso voll. Genau, das kommt sowieso. Das ist so der Nebeneffekt. Weil das ist keine Arbeit für dich. Genau. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass ich nie arbeite oder 24-7 arbeite. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ey. Bro, ich fühle es. Ich fühle es.